Musik 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 Richtig klasse, ne? Ja. Vor allen Dingen, dass es immer noch nicht regnet. Ja. Ich habe Goldmüssen gesammelt. Hat sie einen Gutschein für Mama gewonnen. Ja. Haben wir einen Fluchtballons gekriegt, ne? Haben wir richtig Spaß gehabt. Wir sind da einmal kurz reingeschaut. Die große, Lili 6, ist einmal hinter mir. Die hat fleißig gebuddelt und hat auch 10 Marken gefunden. Und jetzt gehen wir noch einmal runter zu Hübsburg und dann geht es auch weiter. Opa! Ich glaube, ich würde mich sofort hinlegen, wenn ich damit fahren würde, oder? Kann sein. Das Radio MK Kids Studio live aus dem Floriansdorf in Iserlohn. Heute ist Muttertag. Radio MK feiert Ihnen im Floriansdorf mit Programm für die ganze Familie. Ich sage dazu, Mama ist die Beste. Dein Januka. Du warst im Radiostudio. Wie war denn das für dich? Ja, also das war sehr schön. Ich wollte schon immer mal sowas machen, weil ich das auch mal im Fernsehen gesehen habe. Halt, wie man das so macht. Und da hatte ich richtig Lust und habe mich gefreut, dass es hier sowas gibt. Ich sage mal so, wir sollten einen Live-Take machen. Natürlich, wir haben ja auch Live-Sendungen gemacht. Und da muss ich zum Kinderschminken. Jetzt habe ich das Problem gehabt, dass Janine im Studio sitzt. Und Janine lässt sich immer irgendwelche Gemeinheiten einfallen. Zum Glück ist es kein Einhorn. Ich bin eine Prinzessin und das ist gut so.